Bittere Tränen nach Olympia aus, deutschen Turnerinnen fehlen 0,17 Punkte. Antwerpen, Belgien, minus im deutschen Turnlager herrscht niedrige Schlagenheit. Das Frauenteam verpasst hauchdünn Olympia. Eine Ex-Weltmeisterin hat dennoch einen Startplatz in Paris sicher. Brutal, bitter, Schock, das unerwartete und hauchdünne Olympia aus für das Frauenteam hat im deutschen Turnlager eine tiefe Enttäuschung hinterlassen. Die Winzigkeit von 0,169 Punkten fehlte der von Verletzungsausfällen gebeutelten Riga am Montag bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen für das ersehnte Ticket zu den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris. Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir sind hierher gekommen, um mindestens einen Platz besser zu sein, als wir es am Ende sind. Das ist total bitter, sagte Thomas Gute Kunst, Sportbedirektor des deutschen Turnerbundes, DTB, geknickt. Brutal nannte er den Mini-Rückstand auf die glücklichen SüdkoreanerInnen. Durch Platz 13 in der Qualifikation gab es für den DTB lediglich einen Quotenplatz für Paris. Einzig Pauline Schäferbetz, 26, hätte Grund zur Freude gehabt. Die Chemnitzerin hat sich als beste deutsche Mehrkämpferin in Antwerpen einen persönlichen Startplatz in Paris gesichert. Zudem erreichte sie die WM-Final zum Vierkampf und am Schwebebalken. Doch die 26-Jährige litt wie die ebenfalls fürs Mehrkampffinale qualifizierte Servos, 23, Köln, sowie Meoli ja auch, 16, Stuttgart, Karina Schönmeier und Lee-Marie Quas, beide 18, Chemnitz, unter dem unglücklichen Olympia aus und musste sich sortieren. Pauline Schäferbetz hat ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich muss erstmal meine Gedanken ordnen, meine Emotionen ordnen, weil das wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle war, sagte die Schwebebalken-Weltmeisterin von 2017. Als das Endergebnis von 157,128 Punkten auf der Anzeigetafel erschien, war das so ein kleiner Schockmoment, weil man nicht wusste, welche Emotion gerade angemessen ist bzw. wie man sich fühlen soll. Köln, Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017